Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. EY-Studie – Rückgang ausländischer Investitionen in DE – Deutschland Erlebt Rückgang ausländischer Investitionen laut EY-Studie Die jüngste Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young EY hat aufgezeigt, dass ausländische Direktinvestitionen, Foreign Direct Investment, FDI, in Deutschland abgenommen haben. Diese Erkenntnisse werfen neue Fragen über Deutschlands Position als führendes Ziel für internationale Investitionen auf. Laut dem Bericht hat die Anzahl der ausländischen Direct Investment Projekte in Deutschland im Jahr 2023 um 13 Prozent abgenommen. Dies steht im Gegensatz zum Vorjahr, in dem Deutschland ein robustes Wachstum von 6 Prozent verzeichnete. Der Bericht weist darauf hin, dass dies das erste Mal seit fünf Jahren ist, dass Deutschland einen Rückgang bei ausländischen Direktinvestitionen verzeichnet hat. EY zitiert mehrere Faktoren, die zu diesem Trend beigetragen haben könnten. Es wurde festgestellt, dass der anhaltende Handelskrieg zwischen den USA und China, der Brexit und die sich abschwächende globale Wirtschaft alle eine Rolle spielen könnten. Die Studie weist jedoch darauf hin, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin gut abschneidet, insbesondere im Bereich der Hightech-Industrie, in der es im Jahr 2023 weltweit auf dem vierten Platz steht. Dies unterstreicht, dass Investoren trotz der jüngsten Rückgänge weiterhin überzeugt von den Leistungen der deutschen Wirtschaft sind. EY fordert Deutschland und die EU dazu auf, ihre Bemühungen zur Förderung von Investitionen zu verstärken, um den aktuellen Trend umzukehren. Dazu gehört laut EY die Stärkung der Infrastruktur, die Verbesserung der digitalen Kompetenzen und die Förderung von Innovationen. Die EY-Studie dient als Weckruf für Politiker und Unternehmensführer in Deutschland und präsentiert eine klare Agenda zur Stärkung der Attraktivität des Landes für ausländische Investoren. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass trotz der aktuellen Herausforderungen die langfristigen Aussichten für Investitionen in Deutschland positiv bleiben, solange die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Quellen, Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young, Anita Farke Donnerstag, 2. Mai 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.